Musik Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, endlich ist es soweit und ich kann euch den allerersten Elektro-Kombi präsentieren, den MG5 Electric. Er soll kommen unter 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, so schreibt es zumindest MG auf seiner Homepage und das schon Anfang 2022 auch nach Deutschland. Inzwischen gibt es ja in Deutschland schon 50 Standorte von MG, das Vertriebsnetz wird weiter ausgebaut und schon Ende 2021 sollen es dann 100 Standorte in Deutschland geben und flächendeckend dann auch dafür sorgen, dass ihr MG live erleben könnt, Probe fahren könnt, ihn dort käuflich erwerben könnt, aber auch einen Service Point habt, wenn man mit dem Auto irgendwas sein sollte oder er zur Wartung muss, dass ihr einen Ansprechpartner habt. Alleine im September hat MG über 8.400 Fahrzeuge in Europa abgesetzt und insgesamt im Jahr 2021 schon 37.220 Fahrzeuge in Europa. Das ist doch mal ein guter Wert und das zeigt auch, dass MG sich langsam, aber sicher auch hier bei uns in Europa durchsetzt. Das Kerngeschäft ist natürlich Großbritannien, da wo Morris Garage ja auch ursprünglich herkommt, wo MG ja auch äußerst bekannt ist, aber sie werden halt auch immer mehr hier bei uns sich in Deutschland durchsetzen und das finde ich richtig klasse. Jetzt mit einem Kombi, bezahlbar unter 30.000 Euro brutto und den schauen wir uns nochmal en Detail an, weil es viele, viele neue Bilder gibt. Ich habe euch mal so ein Potpourri zusammengestellt von der Presseseite als auch von der Homepage, sodass ihr eigentlich hier bei Einfach Elektrisch, glaube ich, alle Daten und Fakten rund um dieses neue Fahrzeug bekommt. Schaut aber bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Ihr wisst ja, ein Abo bei YouTube ist kostenfrei, aber nicht umsonst, weil ihr dann auch in Zukunft, wenn ihr das Glöckchen läutet, immer informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Und wie immer starten wir natürlich von außen und schauen mal in die Augen des neuen MG5. Und da muss ich euch sagen, das gefällt mir richtig gut, dass ein smartes, modernes Fahrzeug, man sieht, dass es ein rein elektrisch konzipiertes Fahrzeug ist, weil es eben nicht diese großen, üppigen Kühlergrille hat, die wir ja noch aus der Verbrennerzeit kennen, sondern hier nur den kleinen Kühlergrill vorfinden, unten unter dem Kennzeichenhalter, damit im Prinzip auch die Systeme klimatisiert werden können, wie der Innenraum, die Batterie und auch die Motoren. Ja, ihr seht, ist alles auch so ein bisschen performante konzipiert, so mit angedeuteten Lufteinlässen an der Seite und ja, einen schönen Tag verlicht. Und was mir besonders gut gefällt, da bin ich ja echt ein Fan von, er wird ein Nasenlader werden. Ihr seht es, unter dem großen MG-Logo befindet sich die Klappe zum Öffnen. Da verbirgt sich zum einen der CCS-Anschluss drunter, wo wir sowohl an Typ 2 AC mit 11 kW dreiphasig laden können, den Akku, oder auch an DC bis 87 kW im Peak, was dafür sorgt, dass der Akku von 0 auf 80% in ca. 40 Minuten geladen werden kann. Darüber hinaus bekommt das Auto eine Vehicle-to-Load-Funktion, das kennen wir ja schon aus dem Hyundai Ioniq 5 und auch aus dem Kia EV6, das heißt, man kann dem Akku auch Energie entnehmen. Hier bis zu 2,2 kW dann in der Leistung, sodass man da halt auch in Freizeitaktivitäten etc. pp. nutzen kann. Auch das wird über den Nasenlader dann geschehen. Natürlich bekommt der MG 5 auch Voll-LED-Scheinwerfer, ihr seht das hier, in einem schicken, modernen Design. Das heißt, auch da wird man bestes Fahrlicht bekommen. Da war ich jetzt so ein bisschen bei dem MG ZSI wie so ein bisschen enttäuscht, weil das halt seinerzeit noch nicht die beste Fahrperformance geboten hat. Auch von der Seite macht er übrigens in meinen Augen einen hervorragenden Eindruck. Ein frisches Design, eine schöne Linie und man sieht, es ist ein richtiger Kombi mit einem relativ geraden Heck hinten, leicht erwandtisch, aber halt eben auch gut zu beladen. Da kommen wir später beim Kofferraum natürlich noch en Detail dazu. Geben wird es ihn zunächst in zwei Akkugrößen, beginnen mit dem 61,1 kWh fassenden Akku. Er verspricht eine WLTP-Reichweite von bis zu 400 km und dann später auch noch optional mit einem kleineren Akku mit 50,3 kWh, woraus dann eine WLTP-Reichweite von bis zu 320 km resultieren soll. Angetrieben wird er mit einem Frontmotor, einem Elektromotor mit 115 kW, 156 PS, 260 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, wir haben hier den klassischen Frontantrieb mit der angetriebenen Vorderachse. 0 auf 100 verspricht er Fahrwerte von 3,4 Sekunden. Freunde, das ist ein Wert, wo man auch mal ein Golf GTI an der Ampel mal so ein bisschen leicht ins Schwitzen bringt und sagt, hey, Elektromobilität ist cool. 0 auf 100 dann soll er sogar in 8,3 Sekunden schaffen. Da ist er eigentlich in so einer üblichen Norm des durchschnittlichen Elektroautos, die alle so bei 8, 9 Sekunden liegen. Das kennen wir ja auch vom Skoda Enyaq. Das kennen wir vom VW ID.3, ID.4, die auch ähnliche Fahrwerte, ähnliche Performances liefern. Ja, last but not least schauen wir natürlich auch noch mal aufs Heck. Sehen hier so LED-Scheinwerfer. Finde ich modern, finde ich futuristisch. Hinten so einen kleinen Diffuser angedeutet, wie bei Mercedes auch so angedeutete Lufteinlässe. Das wirkt alles frisch, das wirkt alles modern. Natürlich bekommt man noch Privacy-Vergases. Und was ich auch geil finde, man bekommt eine 360-Grad-Kamera dann später im Luxury-Paket. Das ist ja immer gut, dass man nicht nur über die Spiegel und durch die Scheiben schauen kann, sondern halt eben auch Helferlein hat. Das heißt in den Außenspiegeln, in der Front und in der Heck sind Kameras, sodass man auch hier im MG5 keine Komfort-Einbußen nehmen muss. Und nach außen kommen wir natürlich auch gleich nach innen und werfen mal durch die Fahrradtür einen Blick in den Innenraum des MG5. Und da muss ich euch sagen, für ein Fahrzeug, was unter 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer beginnen soll, da bin ich einfach hellauf begeistert. Ihr seht, ich bin fast sprachlos, weil ich einfach finde, hier von den Bildern, wir müssen das natürlich in Real, in Optik und Haptik überprüfen, aber das sieht man dem Fahrzeug halt eben nicht an, dass es halt ein günstiger Preiseinstieg ist. Und das ist ja auch das, was wir uns alle wünschen in der Elektromobilität, bezahlbare Elektromobilität mit entsprechendem Komfort und natürlich auch Qualität. Ihr seht hier die unterschiedlichen Ansätze vom Kunstleder über Stoff unter den Lüftungsdüsen, paar Farbelemente, das könnte sogar eine Ambientebeleuchtung vielleicht sein, das muss man sich mal in Natur anschauen oder ob das nur farblich markiert ist. Wir haben hier so eine Aluminium-Kunststoff-Linie, die so lackiert ist und oben haben wir natürlich dann halt auch das Plastik. Da müssen wir mal schauen, ob das weiches, unterschäumtes Plastik ist oder ob es hartes, hart Plastik ist. Das wird dann die Review in Live mit dem MG5 Electric zeigen. Werfen wir nochmal den Blick so auf das Armaturenbrett. Das sieht eigentlich alles sehr, sehr europäisch aus. Auch das Lenkrad mit dem klassischen Multifunktion mit Tasten finde ich sehr, sehr gut gelöst. Die Klimaanlagensteuerung wird dann wahrscheinlich alles über das zentrale Touch-Display erfolgen. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es auch hier nämlich eine sehr, sehr gute Konnektivität geben wird. Zum einen die MG iSmart-Konnektivitätssystem wird hier verbaut, was dafür sorgt, dass man halt auch eine Smartphone-App hat, sowohl für Apple CarPlay einen Anschluss als auch für Android Auto, aber halt eben auch Apps für Android und auch für Apple-Produkte, wo man aus der Ferne das Auto dann halt auch sehen kann, steuern kann, wo es sich befindet, eine Fußgängernavigation starten kann, eine Vorklimatisierung machen kann und wo man sogar auch einen Digital Key über Bluetooth mit dem Handy erzeugen kann. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in real umsetzt. Man soll ihn sogar teilen können, auch mit Freunden, die dann das Auto benutzen können. Da bin ich mal gespannt, wie MG das dann flüssig in die Tat umsetzt. Fahrerdisplay natürlich voll digital, ich glaube 7,2 Zoll in der Größe. Das sieht richtig gut aus, auch mit den Assistenzsystemen. Ihr wisst, dass MG, ihr habt es im ersten Video über MG5 ja auch schon gesehen, jede Menge Assistenzsysteme hat, die natürlich auch für aktive und passive Sicherheit sorgen sollen und die euch natürlich auch im teilautonomen Fahren unterstützen mögen. Highlight ist dann natürlich das Infotainment-System mit 10,2 Zoll. Es soll auch eine besonders HD-Version sein, die besonders hochauflösend ist. Das alles müssen wir dann natürlich in Natur uns anschauen. Und ihr seht, unter dem Display sind noch haptische Tasten, zum Beispiel für die Heckscheibenheizung und einzelne Laut- und Leisefunktionen, Homebutton und die Steuerung der Klimaanlage. Da müssen wir halt mal gucken, wie funktioniert das, funktioniert das flüssig. Da war ich ja auch in dem MG ZS EV überhaupt nicht begeistert. Das war ja alles sehr, sehr langsam und eigentlich von meiner Warte aus nicht zeitgemäß. Dieses hier wirkt optisch schon mal wesentlich besser. Ob es in einer Praktischheit auch mit einem schnellen Prozessor und einer guten, schnellen, flüssigen Haptik-Optik funktioniert, müssen wir natürlich testen. Auf jeden Fall haben wir hier Navigation und alle weiteren Parameter natürlich verbaut. Interessant wird auch sein, ob die Navigation natürlich auch während der Routenführung Ladestationen hinzufügen kann. Ob wir es wie bei Tesla und Mercedes oder auch Audi dann gewohnt sein werden, auch MG gelenkt und geleitet zu werden auf der Langstrecke. Da schauen wir mal dann en detail nach, wenn wir das Auto haben. Ja, lasst uns einen Blick nochmal in den Innenraum werfen. Und da überrascht mich halt diese hochwertige Optik. Beim MG ZS war das auch in der Tat so. Also da muss ich sagen, hat MG einen Top-Job gemacht. Ich glaube auch in dem MG 5. Hier werden sie es auch übertragen. Da wird es wahrscheinlich auch verschiedene Farben geben. Hier abgebildet ist so ein kreidefarbenes Grau. Sieht richtig, richtig gut aus. Natürlich wird es wahrscheinlich auch ein konservatives Schwarz geben. Und ich hoffe auch, dass es diesen Braun-Ton, diesen Beige-Ton gibt wie im Marvel Air. Ja, übrigens der Marvel Air ist ab heute bestellbar für alle die, die sich für einen MG Marvel Air interessieren. Den kann man wohl ab heute auch online bestellen. Auch da ging eine Pressemitteilung heute zu raus. Und ja, lasst uns auch nochmal den Blick in den Fond werfen. Auch das sieht üppig aus. Das sieht gut aus. Ich erkenne hier keinen Tunnel in der Mitte. Da bin ich mal gespannt, ob das auch in der Tat so ist, dass wir alles frei begehbar haben. Wir haben eine Mittelkonsole. Die hatte ich noch nicht mal in meinem Tesla Model S Performance. Aber im MG 5 gibt es die sogar mit Becherhaltern. Und das sieht doch äußerst komfortabel, weitläufig und gut aus. Und das müssen wir natürlich dann in der Praxis uns anschauen, ob das auch tatsächlich so ist. Ja, Kofferraum, das ist natürlich wichtig, gerade für die Familie. Hier soll der MG 5 479 Liter bürgen und natürlich auch eine umklappbare Rückbank haben, wo wir dann die Möglichkeit haben, halt auch zwei Drittel, ein Drittel oder auch hier in Gänze dann halt den Kofferraum zu beladen und haben 1367 Liter Kofferraumvolumen. Das finde ich natürlich richtig gut, weil wir auch öfter mal bestimmte Dinge transportieren wollen. Was man hier so erkennen kann, sieht es aus, als wenn man, ihr seht es hinten an der Kante zu den Rücksitzlehnen, auch einen doppelten Ladeboden bekommen kann, wo man dann halt auch nochmal Stauföcher hat, auch Stauföcher an den Seiten hat. Die Hutablage habt ihr da vorgesehen. Also das ist alles, glaube ich, sehr, sehr gut auf einem europäischen Niveau. Ja, last but not least, es wird ihn auch mit der Anhängerkupplung geben. Das ist sicher, 500 Kilogramm Anhängelast, damit kann man auf jeden Fall einen Fahrradheckträger montieren, einen kleinen Anhänger ziehen, um Gartenabfälle wegzubringen. Das finde ich ist für so einen Wagen dieser Größe dann schon mal der gute erste Schritt. Klar hätten wir uns gerne mehr gewünscht, auch eine Tonne oder mehr, aber 500 Kilo sind 500 Kilo. Das finde ich richtig gut. Auch ein Dachgepäckträger wird möglich sein mit bis zu 75 Kilogramm Dachlast, sodass wir dann den MG5 halt auch als Allround-Kombi und Allzweckwaffe familiär nutzen können. Und als allererstes habe ich noch für euch mal von der Homepage den Vergleich zwischen Komfort und Luxury gemacht. Im Komfortbereich habt ihr dieses MG Smart System natürlich, das Fahrerassistenzsystem, 16 Zoll Alufelgen, Rückfahrkamera, Stoffsitze in Schwarz, LED-Frontscheinwerfern, ein vernünftiges Lautsprechersystem und auch schon Vehicle-to-Load und dann die Luxury-Version. Die kann ich euch ja wirklich nur wärmstens empfehlen für den dann wahrscheinlich auch kleinen Aufpreis. Beim MG ZS EV waren es glaube ich 2.000, 3.000 Euro. Da bekommt man dann eine Menge mehr, nämlich 17 Zoll Bicolor-Felgen. Die habt ihr ja eben auch schon gesehen. Die 360-Grad-Kamera mit den Parksensoren, die Kunstledersitze in Schwarz, eine Klimaanlage mit Zonensteuerung, das finde ich ja immer auch wichtig, dass man halt unterschiedliche Zonen ansteuern kann, weil meine Frau es immer gerne wärmer hat als ich und so gibt es im Auto die Möglichkeit dann halt das über die Zonensteuerung zu lösen. Außenspiegel automatisch anklappbar, finde ich auch gut, gerade für die City-Parker, die vielleicht keinen Carport oder keine eigene Garage haben. Regensensor sollte meines Erachtens Standard sein, genauso wie der Innenspiegel automatisch abblendbar. Aber ihr seht, bei einem Elektro-Kombi unter 30.000 Euro, da versteht man natürlich auch, dass man hier preislich differenzieren muss. Wahnsinn, MG. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Und das, ich hoffe, es kommt auch in der Tat so zu uns nach Deutschland. Ein Elektro-Kombi für unter 30.000 Euro. Ja, was ich mir noch wünschen würde, wäre vielleicht für alle die, die häufiger gerne mal in Urlaub fahren oder auch längere Strecken fahren wollen. A, vielleicht nochmal einen größeren Akku mit 70, 75, 77 Kilowattstunden. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine Option, wenn man so ein Auto mehr auf der langen Stretze nutzen möchte. Und 87 kW Ladezeit im Peak und 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Und, puh, da muss ich euch sagen, das ist natürlich schon mehr als der Standard. Der Standard ist ja eigentlich hier so 30, 32 Minuten. Aber ihr wisst, beim Hyundai Ioniq 5 oder auch Kia EV6, da geht das sogar schon in 18 Minuten oder unter 18 Minuten. Und dazwischen liegt irgendwo so die Wahrheit, weil wir natürlich auch viele Menschen vom Verbrenner für die Elektromobilität begeistern wollen. Und viele halt auch so denken wie ich, dass halt Ladezeit verschwendete Zeit ist und sie nicht alles rosa-rot sehen und sagen, ja, ich lade dann mal gerne und verbringe meine Zeit an der Ladesäule. Was ich gut finde, ist, dass der MG5 den Drei-Phasen-Lader hat. Den habe ich ja so im MG ZS EV vermisst. Und das ist auch der richtige Schritt. 11 kW sollte der Minimum-Standard sein. Und so schafft man es auch, wenn der Akku komplett leer ist, in guten sechs Stunden ihn wieder komplett zu laden für den nächsten Tag. Insgesamt, glaube ich, Preis-Leistung ein Auto, was momentan seinesgleichen sucht. Wahrscheinlich auch nochmal den iWaze U5 dann in der Familientauglichkeit zumindest einholt. Vielleicht sogar überholt auch in der Preis-Leistung für alle die, die eben keinen SUV haben möchten, sondern halt einen normalen Elektro-Kombi. Und da, glaube ich, wird MG Zug um Zug auch mit den Garantien, die sie geben. Ich glaube, es waren sieben Jahre, 160.000 Kilometer aus dem Bedächtnis. Plus 50 respektive Jahresende, 100 Standorte mit einem ordentlichen Service-Händlernetz. Dann halt auch schnell viele preisbewusste Käufer für ihr Produkt gewinnen. Anfang 2022 soll es ja losgehen. Ich freue mich, wenn ich den MG 5 dann mal live für euch reviewen darf. Und Optik-Haptik, weil ihr wisst ja selber, Bilder können immer viel sagen. Die Wahrheit liegt dann quasi in der Natur. Und das heißt, wenn Einfache Elektrisch und der Olli ihn sich persönlich und live anschauen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht Teil der Einfache Elektrisch-Community seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt. Und wir uns in einem der nächsten Videos als bald wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, bleibt gesund, euer Olli.